Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video. Hallo Zelt, kannst du mal schneller laden? Wäre voll nett von dir. Okay, er redet mit allen. Elf geht's. Drei Tage wach. Immer gern. Wo bist du? Oh, achso stimmt, hier kann man sich verstecken. Wo bist du mein Freund? Aber wie gesagt, ich hoffe nur, dass du dich nicht genötigt fühlst mit mir. Nein, hörst du jetzt auf damit? Nein, kann ich nicht. Aber nein, ich will niemanden verlassen bei dir. Wo bist du? Are you here? Give us a sign, please. Goodbye. Is that the goodbye? Hi. 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 Drei. Bist du hier im Bad? Ich hab aber nichts zerteppert gesehen hier. Aber ich höre, was zerteppert ist. Bist du im Flur? Bist du nebenan? Oh. Bist du hier? you are you here where are you are you here where are you hello are you here my friend you are so dumb 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 also im badezimmer hatte ich dreier ausschlag blödmann schreck mich doch nicht blödes ding du 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 doch unten ectoplasma fliegen so erstmal aussuchen da geht's raus wo bin ich denn wer ist im keller aber oben hatte ich dreier ausschlag jetzt habe ich zwei ausschlag fingerabdruck hallo baby ich will doch mal ich habe sogar hier dreier ausschlag also stoffelei also gesagt ist er aus da ist der box ist auch raus mf könnte noch sein so dann holen wir noch die anderen sachen bei stoffelei kommt hier in er bin ich doof muss ich im bild vom vom von den finger abdrücken machen eigentlich ich glaube das ist ja nicht so da ist der foto machen von den foto abdrücken von der abdrücken wenn es geht sind weg ah ne also wenn der wirklich hier ist dann ähm können wir auch die frühe zu machen und ausschliessen okay also wenn der wirklich hier ist dann ähm können wir auch die frühe zu machen und ausschliessen also ich habe das gefühl hat uns eher verfolgt vorhin weil da hatten wir ja auch drei woher 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 woals wo im er wo die hier hier zu Das ist doch irgendwie dumm. Ich habe hier. Du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. Nikke? Ja? Er hat sich im SG gezeigt. Oh. SG. Wir haben ein Deo. So. Was müssen wir jetzt machen? Ach so. Noch was? Ratten. 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 Ich suche Ratti, 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 Ratti. Oh, Monkoli, wo hast du die Ratis? Einer habe ich gefunden. Und dann? Ich habe drei Sünden zusammen. Ich habe drei Sünden zusammen. Schnell gut gemacht. Ja? Ja. Schnell. Ja. Ja. ich hab gesagt chill doch mal eine habe ich müssen wir die hier unten reinpacken erhoben ich bin falsch was brauchen wir jetzt dabei sind so viele katzen hier aber wir haben keine foyer haben auch so nicht okay ab und die karte geht ab ja genau die karte geht ab wer kennt nicht die karte die abgeht das war's mit der folge und vielen lieben dank fürs einschalten wenn euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da falls ihr es noch nicht getan habt abonniert meinen kanal falls euch mein schräger content gefällt und aktiviert natürlich die blöcke um mich zu verpassen ansonsten bei und ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020